Moin Leute, willkommen zurück bei Happy Wheels Guckt nochmal, Browse Levels, ich hab das ganze schon sortiert Nach heutigen Levels und nach dem Rating Und dann fangen wir einfach mal ganz oben an Join this party, follow the steps to join the party Okay, what the fuck Join the party, step one, rate five, step two, restart Step three, the girl will fall on you and you will join the party Ähm, das sieht eher aus wie ein Scam für ein gutes Rating Ähm, machen wir mal Exit to Main Menu und probieren Glass Break Okay, dann mal los Okay, dazu wenig spektakulär, wir müssen einfach nur das Glas kaputt machen Und, oh, oh, oh Okay, geht das jetzt hier die ganze Zeit einfach so weiter, dass ich einfach immer das ganze Zeit das Glas kaputt machen muss Nichts spektakuläres passiert, obwohl da steht Ninja Glass Oh yeah, Ninja Glass Pretty damn scary, obwohl, nein, nein, oh mein Gott Ja gut, da bin ich von meiner eigenen Hochnäsigkeit in Anführungszeichen in den Arsch getreten Ich lasse, dass ich noch ein bisschen rauskasse, dass es nicht unbedingt an meinen Kopf kommt Tatsächlich ein bisschen, das ist ein Schaf Den wollen ja den armen Mann auf den Trecker nicht schon wieder hinrichten So, oh, oh Wow Genau Mir das Gras Äh, das, das Glas, nicht das Gras Wow Oh, ich hab so wieder ein bisschen geknackt Oh, nö Ja, Ninja Glass Kannst du es mal, wo, wo, rein, ein Nein, Moment Willi Nein, wir fahren einfach auch immer Die ganze Zeit rückwärts Verdammt Heißt doch eigentlich voll einfach, dass der will Oh, komm schon Restart Okay, ich bin da nochmal komplett vorsichtig Das ist ja nochmal auch nicht bei mir im Mars So, wir müssen aufpassen, dass der Glas unbedingt an unseren Kopf kommt Gut So So, zurücksetzen Sagst du das Was? Jetzt aber mit Mit Karacho Jawohl Nein Oh Gott, das ist glaube ich schon wieder ziemlich knapp Ja Wunderbar Noch ein bisschen hier Ob ein 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 Ich bin so ein lausiger Pogo-Springer Jump Oh, verdammt So Easy sollten wir doch definitiv noch hinbekommen Medium scheint auch Nein, wenn ich mal nach vorne springen würde Eine Sekunde Und Jetzt Okay, hart Und Hopps Okay Impossible Warte mal Ey Ey, die sind doch viel zu hoch Schaffen Kann man doch gar nicht schaffen Ey, ich möchte das aber nochmal so probieren Okay, da kann man Wenn man natürlich jetzt Okay Wir Cheaten einfach mal In Anführungszeichen Wir sind sowieso verkrüppelt Wir haben hier Einen Behindertenausweis Deshalb können wir hier unten längst Komm schon Nein, nach vorne Kein Problem Wir rollen uns einfach hier hoch Müssen gar nicht mehr springen Woher schaffen wir das tatsächlich so Ne, okay Jetzt ist uns unser Bein abhandengekommen Aber kein Problem Guck Jetzt rollen wir uns einfach Perfekt ins Ziel Wir sind ergodynamisch Und Die Beine Victory Völlig Regulär das Level geschafft Kein Problem Bottle Run Hope you like it also Rate 5 times Okay Wie nehmen wir denn mal Ah, nehmen wir hier Indiana Jones Oh, sorry There was a problem Indiana Jones Okay, funktioniert das nicht mit Indiana Jones Einfach nicht Komm schon, was ist denn hier los Okay Wunderbar Was ist denn hier los? Ja Okay Wunderbar 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 Restart Level Oh Gott Restart Okay, ganz vorsichtig Ja, aber Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Das hier ist nicht unbedingt Oh, perfekt Na, dreh dich nach vorn Der Ball kann uns gar nichts Spreng, spring, nein Überlebt das, überlebt das Nein, nein Jetzt komm irgendwie noch ins Ziel Bewege deine Leiche ins Ziel Verdammt Okay, der Try war ja gar nicht so schlecht So, jetzt wieder hier Nein, nein Wir sind noch da, wir sind noch da Komm, zieh dich irgendwie da hoch Fahr ich noch? Ich kann zwar langsam fahren Aber vielleicht ist hier ja gleich irgendein Abgrund Genau So, dann komm wieder hier Nein, oh mein Gott Scheiße So, hier wieder Na, ach komm schon, Kinders Restart So, das haben wir geschafft Nein, ich dachte Ich bin da einfach immer viel zu schnell Ziel langsam Nein, nein, komm Halt dich da Oh, boi Okay, man darf bei dem Level einfach nicht zu schnell werden Oh, nee Konzentration Konzentration Wie war es nochmal mit der Konzentration Schau, geht's aber Nein Nein Ach, was mach ich denn hier So Jetzt aber So, ganz langsam Und jetzt So, hier fahren wir auch wieder hinzu Das passt, ne, wir leben noch Hier, das ging auch noch gut Können wir uns jetzt irgendwie Irgendwie bitte wieder aufrufen Was, jetzt aber alles in Ordnung Wir sind doch noch hier in unserer Lore Das ist alles cool Nein, nein, komm jetzt Spring irgendwie Nein Ah, wir werden einfach immer zu schnell So Jetzt sind wir ganz langsam Damit wir da oben nicht ankommen Genau Mal wieder das Nein, diesmal schaffen wir das So, jetzt Nein, nein, nein Oh Nein, wir sind auch da Oh, komm, wir sind auch da Wir sind tot Jetzt kommen schon So 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 Oh, man Okay, last try, Leute Last try Wir wollen ja noch ein paar Level sehen Wir können uns ja nicht die ganze Zeit in der Md abhalten Obwohl ich das sehr gerne schaffen würde Aber irgendwie Ja, das klingt auch noch gerade gut Also Der try sieht doch Extrem gut aus Nein 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 Komm schon Komm schon Ja, wir leben noch Wunderbar Nein, nein Lehn dich wieder zurück Jetzt Nicht Nein Nein Ich werde Oh, das sieht wieder ganz gut Nein, das sieht gut aus Das sieht gut aus Nicht sterben Hör auf zu sterben Oh, what? Hätte man da nicht längst Oh Screw you, Level Halloween Happy Halloween Okay, gucken wir doch mal Ach, das ist wieder ein Don't Move Level Also ich finde es super geil Was die Leute bei diesen Don't Move Levels Alles drauf haben und so Aber so Zum angucken finde ich es eher so Ein bisschen langweilig schon fast Weil wir wissen ja, dass wir es überleben Obwohl Das ist gut Das ist wirklich eine lustige Idee Exit to Main Menu Happy Wheels Stairs Stair floor Nehmen wir hier mal Das sieht gut aus Wow, wow, wow Okay Aber ich glaube, sie lebt noch Oh Komm schon Ich glaube, es lebt noch Oh Nein, nein Moment, nein Komm schon Nein Verdammt Aber das sah gut aus Das schaffen wir Genau Jetzt hier Und dann schweben wir praktisch Über die Dinger Nein, Wutti Oh Scheiße Ich komme zu restart jetzt Komm Push it to the limit Ja Ah, nee Noch sieht es gut aus Ich glaube, wir fallen jetzt einfach ins Ziel Nein Aber komm Hier können wir noch ins Ziel Und Victory Kein Victory Schade, schade Ich muss einfach ja nur Ich dachte, es muss nicht so schnell werden Aber das sagt sich immer so einfach Nein, nein, nein Nein Oh Da hätte ich nach vorne gemusst Vielleicht probieren wir das einfach mal gleich mit jemand anders Ganz langsam Ah, man kriegt einfach auch so schon immer Freaking Speed Oh Gott, das Kind Oh Nein Aber unser Kind vorne lebt noch Mein Gott Ja, ich nehme zwei Und Victory Yeah New Heart Donation Ich finde diese New Heart Dinger 99.99 Impossible If you win, I buy you cake Oh, ja Ich mag cake Welcome to my impossible call Nein Ich möchte hier doch durch Ich bin so schlecht mit dem Pogo-Stick Nein, nein Komm schon Jetzt hier Jetzt Ja 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 Wihoo Okay Trolololol Only in Normal Nein! Ok, wie soll man... Na komm Hier gehts wieder hoch Komm schon So und dann hier Eh Dammt Jump Oh mein Gott Oh shit Jump Nein, oh mein Gott Was ist denn hier los? Nein Das kommt jetzt einfach mal Na jetzt bin ich wieder viel zu nah hier dran Wenn ich jetzt hoch springe dann... Ah doch, perfekt So Springen wir hier drauf Nein Oh Bullshit Sorry Oh mein Gott, das sieht doch schon wieder gar nicht gut aus Nein, er zielt aber auch immer komplett auf den Kopf Das glaube ich zumindest Das glaube ich zumindest Jetzt komm jetzt Sprühen Das kann doch nicht so schwer Ey Ey Komm schon Mann Ey Es tut mir ja leid für euch, die das gerade sehen Wir sehen hier dieses Trauerspiel Aber jetzt komm Okay Ey, das gibt's nicht Au So Und jetzt zeigen wir uns langsam Ja 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 Warte mal Warte mal Warte mal Wir müssen uns erstmal wieder zurückrollen Jetzt Jawohl Warte mal Ich will ja leuchten Ich hab Angst, dass mich das gleich killt Ne Okay Wir müssen das irgendwie Ey, was ist denn hier los? Wieso? Na Bullshit I call Bullshit BR vs Segway Steven It's a Bottle Run using Segway Steven It's difficult but possible Rate fair Okay Na, 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 na Na Also Das war doch mal ein First Try Wunderbar Minecraft Stairs, PewDiePie, Bottle Run Obwohl, Bottle Run macht immer Spaß Und Wir nehmen wieder den Typen mit der Lore Was? Habe ich grad nichts? Oh Gott, oh, oh, na Na, 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 na Ja, ja, das sieht gut aus Ja, ja, das sieht gut aus Ja, das sieht gut aus Jetzt los Na, komm, komm, flieg ins Ziel Wir sind doch Wir sind doch Da, sogar Mehrfach Nein, nein Nach hinten, 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 nach hinten. Genau, jetzt Oh, genau Oh Oh Oh. My. Gosh.